Wer ist gläubig? Tilevox Yippie, ne warte mal, die haben geheiratet das letzte mal Achso, des, ah, des Ach, da war ja was Ja Oh ne Ich muss erst mal mit der Steuerung wieder klarkommen Oh, das fällt aus Stimmt ja, hier habe ich ja noch ein Haus Ja, noch Das haben wir leckerer mitgeräumt Das war eh nicht zu erwarten Naja, wer eigentlich auf den Server kommt, der hat Pech Früher weiß ich nicht wie viel Jahrzehnte War eh nicht so viel dran Na ja, du gehst in mein Haus, dann brauchst du die Kopf Wieso? Einfach aus Bund ziehen Einfach aus Bund ziehen Sagte er und ging in dein Haus Ich stehe vor deinem Haus Geh rein Tod As you go Weil du ein Albaner bist Ein hässlicher Albaner Ich gebe es nicht mal was zu trinken bei Tyrox Schau mal über dir, Tyrox Schau mal über dir Drei Oh du Arsch Hör auf Ey Danke, ich habe drei Rüstungsteile verloren Drei? Ich habe dich zweimal geschlagen Ne, das ist das Katana Ja, aber das macht doch nicht so viel Schaden Wenn man das schnell war Oh Da ist ein Vogel Da war gerade ein Vogel vor deinem Haus Du bist der Vogel vor meinem Haus Du bist der Vogel vor meinem Haus Ich kann mal kurz aufbauen Bist du überhaupt schon online? Nein Ich bin mir, ich habe hier die Kettensäge Eik Ja? Hier ist doch mein neues Haus hier Welche? Ah, da Oh Gott, das sind ein paar Oh Gott, oh Hilfe Ja, das ist ein Hamsterhasen Mix Was? Wer kommt hier? Willst du, dass ich dir das Teil in den Arsch stecke? Oder dich kommt Du, ganz ehrlich, damit schrottest du dann deine eigenen Knochen Hi Stimmt Ich habe gerade nämlich da bei dir Knochen geklaut Ja, ich weiß Wobei ich ja Oh Gott, ist die Steuerung nicht schnell Ich hätte ja auch selber machen können Ich habe ja auch so viel Also, was brauchen wir denn jetzt alles? Molotows, Essen, Trinken, Heilung Habe ich alles Trinken habe ich Ich habe keine Heilung Bestimmt auch Apropos Ähm Ich habe Oben noch was Da sind wir hart Sorry Angef... Ähhhhh Das ist jetzt die Ich hatte so schon Lowlife Aber jetzt habe ich noch weniger lebt Sorry Wenn du im Weg stehst Aber ich glaube, ich glaube Ich helfe doch nur Ja Und was denn? Ähhhhh Ich muss dir auch noch ein bisschen was anpflanzen Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich hoffe, ihr habt alle einen Berndbeutel, dass ihr auch ähm Bla... Ähm... Blaubeeren oder wie die Dinger hässlen mit dem Körper zum Essen Nein Warum hast du den? Gar nicht gecraftet Dann craftet ihr doch einen Hol dir mal einen Ich habe auch keinen Mir habe ich Grafikprobleme Ich habe auch Setz mal deine Brülle auf Keine realen Grafikprobleme Ich habe hier noch genügend Hasenfell Du kannst ja also irgendwo in Craften kommen bei mir Tyrops Tyrops Nö Tyrops Hehehehe Ich brauche halt immer noch den Arm von Timmys Spielzeug Den Arm? Ich auch Einen Arm fehlt mir noch Zwei Ich sterbe Ich habe den Arm Schade, man kann den nicht in die Schüssel tun Doch Nein Doch Kannst du kombinieren aber nicht in die Schüssel Natürlich Du musst erst die Schüssel und dann den Arm rein machen Das ist dir klar? Achso Dann gehts doch Welchen Arm hast denn du? Ich möchte gleich schauen Naja, weil ich den rechten habe ich schon Was war das für ein Fail? Hase Hase Wie viel war das? Ich guck zwei Hasenfell Oh, die Scheuerung Mitchell vor Kässe ist ein ihrer Bruder Auf dem Boden Schade Das ist der Beutel Ganz normale Beutel 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 Nein Nein Ich lebe Ich habe Wo kann man denn sehen, welche Arm das ist? Äh, wenn du ihn anguckst Wenn du ihn anguckst Ist der auf der rechten oder der linken Seite? Auf der rechten Und dann habe ich den schon Und dann habe ich den schon Sooo Molotows mitnehmen Und ein paar Bomben Wobei Bomben braucht man gar nicht für den Endbus Weil der eh dauerhaft in Bewegung ist Also Fernkampfwaffen Molotows Heilung Trinken Essen Wie viele Molotows Kann man Molotows kann man haben? Keine Ahnung Schon nie getestet Ich brauche noch ein paar Pilze Die kommen in die Russen Legen Sei Äh Nicht sei Wollt Ähm Melvin Haben Sie Wasser? Geht das wieder los? Kässe hier zieh mal deinen Mann Haben Sie Wasser? Der hat schon wieder ihn an der Klatsche Haben Sie frisches Wasser? Ach das hat er manchmal Schade Aber hey Nette Bilder haben Sie hier Melvin ist ganz ruhig Warum das? Hat der irgendwas von euch so Wasser? Jaa Ist bei mir oben die Dinger nicht voll? Oh schön Ich hab ein Ich hab ein Mannequicken gefunden Ja bei mir ist was Wasser drinnen Aber du kannst auch Hier die Blaubeeren essen Die füllen dich doch auch auf Möchte ich aber nicht Möchte ich aber nicht Ich hab ja extra so ein Wasser Wurzel Und ich hab echt Wenig so halt aus dem getrunken Du kannst nur dreimal aus dem trinken Dann ist er da Es hat jetzt aber niemand den weißen Den weißen Den von meinem Haus lag weggenommen Oder? Den weißen? Ich nicht Ich auch nicht Also Tyrox Tyrox verbrennt ihn grad Bitte nicht Er hatte Kreuze drauf Umso besser Was bringt das? Ja da kommt dieses Schnecken Diese komischen Schneckfischer Juhu Aber ich glaube man muss Zwei Stück gleichzeitig verbrennen Oder äh Ja sie wo ist der andere? Eben mit den Kreuzen Und den normalen oder so Keine Ahnung Ich hab da noch nie ganz durchgeblickt Aber egal Gibt schon Knochen So oder so Ja Die brauche ich die Knochen Die machen Aufgesammelt Und Refill Hab ich alles bei mir? Hi Schlag Schlag mir Gerüchtet Ich bin Fuchsteubelwilds Äh Fuchsteubelwilds Genau Was Was ist denn jetzt so passiert? Oh ne Oh ne Tyrox hat mich totgeschlagen Das ist passiert Mit nem Knochen Richtig so Er brauche es Aber Ähm Jetzt mal ernsthaft Alter wie viel Wie wenig Leben hat es Ich hab nichts zum heilen Ich hab nichts zum heilen Dann bau dir was Warte Dann bau dir ein Bus Nicht das Nicht das Nicht das Ach so stimmt Du weißt dann was Du bist der Einzige der weiß was ist halt Eins Ich hab nicht genug Zeug um mir das zu bauen Juhu Hier Cassie wenn du noch Heiltabletten brauchst Ja Kannst du dir bei mir aus dem Schrank die 4 Stück rausnehmen Okay Denn ich kann nicht mehr tragen Danke Kann ich eins haben? Äh Es ist noch hier drinnen Ja Kannst du Zeigen wir kannst du auch was haben selber Wenn Wenn darf ich Ich glaube ich auch nicht was in deinem Haus Hä? Stehst du auf meinem Haus rum? Ich weiß es nicht Ich halte dich hier Auch da Dann machen wir weiter Warte mal irgendwo Wo war das Camp nochmal? Ach ne ich möchte dich in den Nachwuchs Ich will schon wissen Wenn ich noch irgendwas einpacken soll sag Bescheid Ne ne Hol dir lieber dein eigenes Zeug was du dann brauchst Äh damit wir Ich hab nix mehr Ich hab nix mehr Umhauen können Äh In meinem Haus hab ich nicht mehr außer ein Stück Fleisch hängen Weil ich ja gerade aufgegangen hab Okay man kann nur Oh Leute wie viele Molotovs hab ich hier? Keine Ahnung Äh ich hab hier noch Alkohol Wer braucht um sich Molotovs zu machen Ich brauche Alkohol Dann kommst du hier holen Na der Knochen hast du da? Hier da hinten Ne Ist Alkohol Und da sind sogar noch zwei Sprite Dosen Die könnt ihr euch auch noch snacken Ja Ich hab soweit alles was ich brauche für den Endboss Darf ich auch noch irgendwas einpacken oder? Nein Zu essen von dir nehmen? Ja klar Wenn das schon gereift ist Auch ich oder? Ja klar Bevor wir los machen Äh hier ist noch ein verbesserter Bogen Also hier dieser Darf ich den nehmen? Ja Cyrox hast du den schon? Ja doch mit dem Den haben wir ja mit dir geholt Cassie mit was wirsten du kämpfen? Ich will nämlich ehrlich gesagt gerne mit Bogen kämpfen deswegen Ich hab nichts verstanden von Cassie Katana dieses dieses Schwert Okay Ja dann kann äh Cybert sich den snacken Erstmal speichern Rohr drauf legt Hab ich denn mit Pfeile? Ich hab 17 Pfeile, warum hab ich denn mit 17 Pfeile? Egal ich nehme was für Essen mit Ich hab Knochenrüstung ein und die andere die auf meinem Dings ist die nehme ich dann auch mit Darf ich mir hier die Knochen rausnehmen? Kannste machen Ich glaub ja schon nicht dass das so so schwer wird mit dem Eintritt Ne also im Singleplayer schafft man den auch ganz alleine Mit Molotows und Pfeile und Bogen Och man ich muss dem Wasser schlau Den hab ich den hab ich auch nie deswegen nehme ich ja meine ganze Soda mit Essen Och lecker Hase Lass es dir schmecken Ja So ich wäre bereit Klein Kleine Männchen Ich wäre bereit Knochenpfeile Geschwindigkeit Waffe Ne Möchte Ich hab keine Schlöcke Warum hab ich keine Schlöcke? Egal Weil du Tyrox bist Was? Weil du Tyrox bist Darf ich mir einen Bärenbeutel machen oder brauchst du die Fälle noch für irgendwas? Ich brauch das Fell überhaupt nicht mehr Da kommt jemand Da kommt jemand Da kommt jemand Leute Wollte ich nur gesagt haben Das ist doch hier Cassys Familie haben wir doch bei der Hochzeit festgestellt Was? 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 Tyrox Vs Schwiegergroßen oder? Ja Das wird episch Das wird episch Die gehört mir Bodyslam Also auch die Echsenhaut oder? Du kannst dir alles nehmen Auch die Echsenhaut gehört mir ja